Heute, wir präsentieren euch ein Video über das Flugzeug, Akkus RAS 500. Ja, wir haben schon mal getestet, den Wind auch, und ja, was auch sagen, dazu sagen, fangen wir mal an. Wir fliegen jetzt mal. Und, drei, zwei, drei, zwei, eins. Entschuldigung, den Wind kommt jetzt gleich so. Also, wir machen jetzt gleich, und los! Ja. Okay, wofür du mal? Wart, wir sehen gerade beim nächsten Cut.